Sie geht so über die Autobahn, dann kannst du auf die Autos betrachten. Das ist so wie zum Beispiel die Stadt Frankenthal in Bayern. Ja, ja, das ist die Seite der Autobahn. Untertitelung des ZDF für die Untertitelung des ZDF für die Autos betrachten. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020